Hallo Sabrina. Hallo Cornelia. Sag mal, wie kann ich mir das konkret als neue Mitarbeiterin bei der Yontix vorstellen? Geht es bei der Braubelviale eigentlich nur um Bier? Die Wurzeln liegen bei der Braubelviale klar im Bereich Bier und Brauereien, aber wir bieten die komplette Prozesskette der Getränkeindustrie an und gerade im Bereich Wein wollen wir mehr Raum auf der Messe geben. Deswegen findet zum ersten Mal hier in Halle 4a die Sonderschau Traubenverarbeitung und Kellerwirtschaft statt. Ja, zur Sonderschau Traubenverarbeitung und Kellerwirtschaft bieten wir den Winzern nochmal einen zusätzlichen Anlaufpunkt, eine Community Area zum Netzwerken mit 25 Ausstellern, die viele Produkte und Lösungen für die Winzer ausstellen und einer Verkostungszone vom Meininger Verlag von Mundus Vini Weinen werden in der Halle 4a gezeigt. Wir freuen uns auf Sie. Es lohnt sich. Kommen Sie vorbei zur Braubelviale. Wir sehen uns auf der Braubelviale in Halle 4a. Wir sehen uns auf der Braubelviale in Halle 4a.